Hallo, ich habe hier heute Nina Mittelham mal wieder da und wollte mit ihr über das vergangene Jahr im Tischtennis reden, was denn da so passiert ist und wie das so das Auf und Ab war. Hallo. Hallo erstmal. Ja, Auf und Ab beschreibt es glaube ich sehr gut, denn du hast dich gefreut wie ein Schnitzel in der Bratpfanne auf Olympia, dann warst du bei Olympia und dann hast du dich nicht mehr gefreut, sag ich erstmal so und es war tatsächlich herzzerreißend, was da passiert ist und dann sah plötzlich alles anders aus, als Olympia ist toll, oder? Ja, definitiv, also erstmal der Weg zu Olympia war ein harter Weg, da habe ich echt viel für investiert und mich dann auch natürlich sehr darüber gefreut, dass ich für Olympia nominiert war, ja auch als ich dann in Paris war, war es eigentlich eine gute Zeit, es hat erstmal gut alles ausgesehen, ich war in einer super Form, habe super gespielt, dass ich mich dann unbedingt bei Olympia verletzen musste, ja, damit konnte jetzt keiner wirklich rechnen und es war auch ein bisschen unpassend, aber ja, ich würde mal sagen, das ist Sport. Unpassend inwiefern? Ich meine, die Situation war doof, um es normal auszudrücken, aber wieso unpassend? Ja gut, ich glaube, jeder Sportler kann das nachvollziehen, dass Verletzungen immer blöd sind, wenn man die dann, ja, bei Olympia erleidet, wo man, ja, in einer guten Verfassung ist, auf dem Weg ist das Spiel zu gewinnen, sich gut fühlt, sich dann auch in gewisser Weise irgendwie Hoffnung macht, ja, weit zu kommen, vielleicht auch irgendwie um eine Medaille mitzuspielen und man dann im Spiel sich verletzt, sich nicht mehr richtig bewegen kann, ja, versucht das Spiel irgendwie noch zu Ende zu spielen, aber man merkt, dass man eigentlich gar nicht mehr laufen kann. Ja, es ist kein schönes Gefühl auf jeden Fall. Ja, was ist dir denn so in dem Moment, wo es geknackt hat sozusagen, durch den Kopf gegangen, weil du hast ja relativ satt gefühlt und warst tatsächlich auf dem Weg ein Spiel weiter und dann, ja, macht's pengen sozusagen. Ja, ich glaube, in dem Moment ist gar nichts, also nicht wirklich was durch meinen Kopf gegangen. Ich habe halt gemerkt, dass ich angefangen habe, tierisch Schmerzen zu bekommen, dass ich nicht mehr richtig aufrecht stehen konnte und dann hat man halt, oder habe ich halt immer irgendwie versucht, in einem Bewegungsradius zu bleiben, der nicht wehtut, aber gerade was das Spielerische angeht, habe ich dann halt auch gemerkt, dass ich manche Sachen, die ich vorher am Anfang des Spiels gemacht habe, also rein taktisch, spielerisch, am Ende gar nicht mehr spielen konnte, weil sobald ich den Aufschlag als Beispiel kurz in die Vorhand gemacht habe, habe ich immer einen Rückschlag in meine Vorhand bekommen und dembei konnte ich einfach nicht mehr spielen, weil ich mich da nicht mehr hinbewegen konnte und dann musste ich halt irgendwie versuchen, andere Lösungen zu finden, was einigermaßen auch geklappt hat, aber am Ende habe ich das Spiel ja trotzdem relativ knapp verloren und das war einfach sehr, sehr schade. In dem Spiel habe ich nur irgendwie gehofft, dass ich das zu Ende spielen kann. Der sich vielleicht doch noch irgendwie gewinnen kann oder am nächsten Tag es gar nicht so schlimm ist, wie es sich angefühlt hat, aber leider ist nichts davon eingetroffen. Nee, das passiert dann meistens leider nicht. War das, was wir dann alle gesehen haben, was wirklich schlimm war? Ich meine, selten habe ich einen Athleten gesehen bei Olympischen Spielen, der so quasi direkt neben der Platte, also neben seinem Sportgerät zusammengebrochen ist und so erbärmlich geheult hat. War das eine Mischung aus der Niederlage und den Schmerzen oder nur die Schmerzen oder nur die Niederlage? Also in dem Moment hat sich das für mich nur nach Schmerzen angefühlt, weil ich konnte wirklich, also ich habe bis jetzt keine Ahnung, wie ich das Spiel geschafft habe, zu Ende zu spielen, weil sobald ich quasi den letzten Ball gespielt habe und aus der Box gegangen bin, ich konnte keine fünf Meter mehr gehen. Ich musste mich die ganze Zeit abstützen. Ich habe es gerade so irgendwie in die Mixed Zone geschafft und danach lag ich gefühlt eine Woche nur im Bett, weil ja jeder Schritt, jedes Drehen irgendwie extrem wehgetan hat. Aber ich war anscheinend so mit Adrenalin vollgepumpt in dieser Situation, dass ich es geschafft habe, das Spiel noch zu Ende zumindest zu spielen. Ja, natürlich war ich am Ende auch enttäuscht, aber als ich gemerkt habe, dass ich so oder so am nächsten Tag jetzt nicht hätte spielen können, hat sich das auch relativ schnell wiedergelegt, weil die Schmerzen einfach so überwogen haben. Das ist ja keine einfache Situation, das haben wir ja auch gesehen, dass dir das sehr nahe ging und jeder, der mal Sport gemacht hat, kann irgendwie verstehen, wie das ist so, ja tatsächlich ausgebremst zu werden von 0 auf 100 in weniger als einer Sekunde. Wie bist du denn damit danach klargekommen? Weil das war ja schon ein großer Traum von dir, bei Olympia zu spielen und dann natürlich auch weit zu kommen, vor allen Dingen, weil du ja, es war sehr komfortabel, was da abging, bis es passiert ist. Ja, so einfach war das nicht, aber gerade ab dem Moment, wo ich ja zu Hause angekommen bin, nach den Olympischen Spielen, habe ich angefangen, das besser zu verarbeiten. Ich war bei meiner Familie, meinen Freund und meinem Freund, die haben mich da ganz gut aufgefangen. Und wenn man dann so ein bisschen diese Ablenkung hat, ja einfach weiß, dass es auch noch andere Sachen im Leben gibt, die einen glücklich machen können, das hat mir extrem geholfen, das so ein bisschen zu verarbeiten und nicht die ganze Zeit nur darüber nachzudenken, was wäre wenn, weil ändern kann ich das sowieso nicht. Ich habe versucht, mich damit abzufinden, das Leben ist, wie es ist. Es ist nicht immer einfach, glaube ich, aber ja, der einzige Weg ist eigentlich, nach vorne zu blicken und versuchen, vielleicht beim nächsten Mal körperlich in einer besseren Verfassung zu sein, dass sowas gar nicht erst passieren kann. Also sagst du im Endeffekt, dass deine körperliche Verfassung da vielleicht nicht gut war oder sagst du, das war echt Zufall, das hätte auch einer stärkeren, in Anführungsstrichen, Nina passieren können? Ja, eigentlich hatte ich das Gefühl, dass ich in der körperlichen Verfassung bin, in der ich noch nie war. Also kann ich mir, was das angeht, eigentlich nichts vorwerfen. Aber am Ende ist die Tatsache, dass es trotzdem passiert ist und ich jetzt irgendwie schauen muss, wie ich das in Zukunft vermeiden kann, dass ich jetzt ja durch meine Reha noch mehr Stabilität bekommen habe, dass ich da jetzt dranbleibe, dass ich das da nicht, nur weil es auf einmal schmerzfrei ist, vernachlässige, was man ja doch immer ganz gerne immer macht, weil man viele andere Sachen auch noch zu tun hat, um die man sich kümmern muss, damit man gut spielt, viel Training, viel Athletik. Aber ja, ich denke, dass jetzt gerade so mein Stabi-Programm einfach ein Teil von mir ist und ich das vermutlich auch darüber hinaus machen muss, über meine Karriere hinaus, dass ich da ja vielleicht keine Probleme mehr mitbekomme. Ja, man wird leider Gottes auch älter und dann passiert sowas und das ist eine der Lektionen, die man aus den Elternwerden ziehen kann quasi. Nun geht es ja weiter und du spielst ja wieder, was ja schon mal ein Riesenschritt ist nach so einer Aktion, finde ich. Und da war jetzt Europameisterschaft und da warst du und gefühlt warst du da so, ich gucke mal, was passiert. Das ist richtig. Und dann ist da was passiert. Was war denn jetzt bei der Europameisterschaft? Ja, es war mein erstes Turnier seit Olympia wieder. Ich bin da einfach mit dem Gefühl hingegangen, ich bin froh, dass ich Tischtennis spielen kann. Ich freue mich über jeden Punkt, über jeden Satz, den ich spielen darf. Habe natürlich vorher auch umfangmäßig noch lange nicht das trainiert, was ich früher trainiert habe. Aber ich war mental sehr, sehr gut darauf vorbereitet, dass ich vermutlich nicht mein bestes Tischtennis spielen werde. Und am Ende bin ich ins Halbfinale gekommen und da bin ich sehr, sehr stolz drauf. Ja, und du hast Bronze geholt und tatsächlich bin ich nach dem Motto, ja komm, ist mir egal. So ungefähr. Und dann spielst du zumindest so gutes Tischtennis, dass du relativ weit kommst und dich selber überrascht, hat dir das irgendwie schon eine Art von Lektion gegeben, von wegen etwas leichter daran zu gehen und weniger verbissen? Oder hast du gesagt, es ist einfach passiert? Ja, ich glaube nicht, dass es mir eine Lektion mitgegeben hat. Aber auf jeden Fall hat es mir die Erfahrung gegeben, dass ich, auch wenn ich vielleicht nicht mein bestes Tischtennis spiele, aber ich daran glaube, ich auch in Europa trotzdem zu den besten Spielerinnen gehöre. Das wusste ich vielleicht vorher schon, aber so diese Bestätigung, ja in diesem Sinne in einer Verfassung da anzureisen, wo ich nicht weiß, was ich zu erwarten habe und dann mich von Spiel zu Spiel zu steigern, das war auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Gefühl und ja, hat mir einfach nur gezeigt, dass man auch mit einer Willenskraft viel erreichen kann. Ja und jetzt, tatsächlich fängt jetzt deine richtige Reha erst an, nachdem du mal gesehen hast, kann ich noch ein Turnier spielen, kann ich da mitmachen, fängst du jetzt halt richtig an, dich zurückzukämpfen. Was hast du denn, oder hast du schon was vor wie die nächsten Olympischen Spiele in L.A.? Oder nimmst du das jetzt alles wirklich so Schritt bei Schritt? Natürlich ist es ein lange Ziel, in L.A. dabei zu sein, mich für L.A. zu qualifizieren und hoffentlich darum, eine Medaille mitzuspielen. Ich glaube, das Ziel hat sich jetzt nicht geändert durch die Verletzung, aber ich glaube, der Weg dahin ist auf jeden Fall ein langer und der sich, ja, halt mir so Zwischenziele setzen muss, wie die WM, die EM, die immer mal wieder kommen und einfach auch zu schauen, dass ich vielleicht noch besser plane, welche Turniere spiele ich, welche Turniere lasse ich aus, damit ich ja auch ein gewisses Trainingspensum machen kann, weil das braucht man, um besser zu werden, nur Spiele zu spielen, bringt halt nicht unbedingt so viel. Ich glaube, dass das für mich jetzt ganz, ganz wichtig wird, dass man da eine gute Planung macht, dass ich mir jetzt auch immer mal wieder, vielleicht nach einem größeren Wettkampf ein paar Tage mehr Pause nehmen muss, also Tischtennispause, wo ich aber dann körperlich halt darauf achten kann, dass ich regeneriere. Das ist vielleicht in der Vergangenheit immer mal wieder zu kurz gekommen, weil halt immer das nächste Event anstand und da muss ich jetzt auf jeden Fall mehr das Augenmerk drauf legen. Also hast du, glaube ich, schon Lektionen gelernt, nämlich, dass dein Ehrgeiz nicht ganz so toll ist, dass man vielleicht auch mal ein Päuschen braucht. Ja, ich habe, glaube ich, in der Vergangenheit auch immer wieder Pausen gemacht, aber wenn man halt viele Turniere hat, die verpflichtend sind, gerade bei uns jetzt auf der World Tour ist das der Fall, ist das halt auch nicht immer so einfach, das dann optimal zu planen und da muss ich jetzt einfach so einen Zwischenweg finden, wie ich das ja gut gestalten kann. Hast du da irgendwelche Hilfe, diesen Weg zu finden oder bist du da tatsächlich alleine und machst dir deinen eigenen Plan auf dem Zettel? Ja gut, ich habe Tamara Borasch als die Bundestrainerin, die mich da unterstützt. Ich habe aber auch den Jörg Pizigayo, der damals mal ein Internatstrainer war, der auch früher mal da ein Bundestrainer war, mit dem ich privat immer noch viel trainiere oder wieder mehr trainiere. Die helfen mir da schon. Die arbeiten sehr gut zusammen, dass es für mich am besten passt, sage ich mal, und dass ich mich halt auch auf die Expertise und die Ratschläge von denen verlassen kann. Und das ist für mich auch extrem wichtig, dass ich da nicht alleine gelassen werde. Was sind denn jetzt die unmittelbaren Ziele? Ich meine, klar, L.A. ist so ein weiteres, wegges Ziel, sage ich mal. Als nächstes ist es halt, du spielst wieder, weiter fit werden. Und was ist dann so das spielerische Ziel? Ich meine, du bist nur ein Spiel zu wenig gewesen bei der EM, um Gold oder Silber zu holen. Das ist ja schon sehr weit auf dem Weg zurück. Ja, das stimmt, aber mein langfristiges Ziel, ich sage mal, hat weniger mit Europa zu tun. Ich würde schon gerne eine WM-Medaille holen oder aber auch mal die Top Ten nochmal angreifen. Ich meine, meine höchste rangeste Position war die Nummer 12. Und so die Top Ten vorzustoßen ist auf jeden Fall noch ein Ziel. Ja, das werde ich jetzt mal angreifen. Und was für Ergebnisse dann am Ende dabei rauskommen, muss man abwarten. Ja, das ist auf jeden Fall schon mal eine gesunde Einstellung, damit zumindest fängst du dadurch wahrscheinlich an, besser auf dich zu achten und bevor es knallt, zu sagen, ich spiele jetzt mal nicht mehr oder mache mal was anderes oder wie auch immer. Wie hat dir denn dein Umfeld geholfen, also dein wirklich unmittelbares Umfeld, damit klarzukommen, außer dass sie Zeit für dich hatten und so weiter? Ich denke, dass ein gesundes Umfeld eh immer wichtig ist. Bei mir war es jetzt so, dass ich sehr, sehr viel Zeit mit meiner Familie auf einmal verbracht habe, wo ich vorher die Zeit gar nicht für hatte. Ich wohne nicht weit vor meinen Eltern weg. Die sind dann einfach mal so auf dem Kaffee vorbeigeschaut, haben Zeit mit mir verbracht. Meine Mama hat ein paar Tage Urlaub mit mir verbracht. Wir haben andere Dinge zusammen unternommen, die sonst einfach zu kurz kommen. Ich bin auf einmal ein kurzes Wochenende mit meiner Schwester in Urlaub geflogen, was die letzten zehn Jahre eigentlich nie möglich war. Habe mit meinem Freund Urlaub gemacht. Habe viel mehr Zeit mit meinen Freunden verbringen können, die jetzt auch nicht alle mehr hier in meinem Umfeld wohnen. Und das ist halt einfach was Schönes. Ich habe viel Zeit im Garten verbracht. Habe ich, mache ich immer sehr, sehr gerne, gerade bei gutem Wetter. Kommt sonst natürlich aber auch viel zu kurz. Ja, einfach, dass man diese Zeit, die man hat, viel bewusster wahrnimmt. Das ist, glaube ich, für mich der größte Unterschied gewesen, dass ich mir die Zeit dann auch einfach genommen habe und gesagt habe, okay, heute, komm, lass uns heute mal in die Stadt fahren. Lass uns einen Kaffee trinken gehen. Nee, heute habe ich keine Zeit. Heute muss ich Lego bauen. Sowas habe ich für mich jetzt auch einfach wiederentdeckt, dass ich so die Zeit für mich selber nutzen kann. Ich habe extrem viel Zeit für die Uni verbracht, was die letzten Jahre auch deutlich zu kurz gekommen ist. Aber ja, ich habe angefangen, die Zeit ein bisschen intensiver zu nutzen und nicht so viel vor mich hinzugammeln, sage ich mal so. Hast du Zeit oder beziehungsweise die Lektionen mitgenommen, dass du das vielleicht in Zukunft irgendwie besser da reinbringst und auch so weiter mehr rumgammelst und trotzdem das versuchst, alles auf die Reihe zu kriegen? Oder hast du gesagt, jetzt ist Rumgammeln vorbei, jetzt geht es weiter wie vorher? Nee, ich glaube schon, dass ich mir jetzt vorgenommen habe, die Zeit, die ich habe, besser zu nutzen. Auch wenn man kaputt ist, kann man immer noch andere Sachen unternehmen. Man muss jetzt nicht dann unbedingt mit Freunden eine Fahrradtour machen, was sicher auch mal geht, aber auch einfach mal nur sich zu unterhalten, anderen Leuten zuzuhören. Das mache ich eh immer sehr, sehr gerne. Spiele zu spielen, Gesellschaftsspiele, das ist, ich sage mal, meiner Familie sehr hoch im Kurs. Und das macht mir auch immer besonders viel Spaß. Und ja, sich einfach nicht immer nur bei Tischtennis zu unterhalten, ist schön. Aber ich habe auch in der Zeit jetzt mich deutlich mehr mit Tischtennis beschäftigt. Sei es, ich habe mehr Videos geguckt, ich habe mir mehr Gedanken gemacht, woran ich arbeiten kann. Das ist sicher auch ein Teil davon, zurückzukommen. Und ja, der hat mir besonders viel Spaß gemacht zurzeit. Ich weiß auch nicht, warum. Das hört sich alles super positiv an. Und als wäre diese Verletzung so, wenn man groß das Ereignis ja war, also durch die Fernsehbilder dann auch noch, tatsächlich am Endeffekt ein gutes Ereignis, was Nina zu einem besseren Athleten macht. Definitiv. Ich versuche das auf jeden Fall so für mich zu nutzen. Also ich glaube, das Mindset oder wie man Sachen wahrnimmt, ist immer sehr, sehr wichtig. Und klar war ich auch einige Tage sehr, sehr frustriert. Habe dann auch mit Han Ying ein bisschen Kontakt gehabt, die ja, ich sage mal, eine noch blödere Situation hatte, die gar nicht erst zu den Olympischen Spielen reisen konnte aufgrund von einer Verletzung. Und die hat mir dann gesagt, hey, du darfst jetzt ein, zwei Tage traurig sein, aber danach geht es nach vorne. Da musst du nach vorne schauen. Es bringt keinen weiter, wenn man jetzt Trübsal bläst. Und das habe ich mir tatsächlich echt zu Herzen genommen und versuche, das Positive daraus irgendwie zu sehen oder positiv in die Zukunft zu schauen. Und ich glaube, dass mir das extrem viel geholfen hat. Ja, das ist immer gut, einen guten Gesprächspartner in solchen Situationen zu haben, glaube ich. Was hast du denn mit den zwei Tagen Trübsal gemacht? Schlechte Musik gehört? Traurige Filme geguckt? Oder was? Nee, ich weiß nicht. Ich war einfach schlecht gelaunt. Ich wollte den ganzen Tag einfach nur weinen. Ich hatte natürlich auch noch extreme Schmerzen, wo ich ja nicht mal zum Essen gehen konnte im Olympischen Dorf, weil ich nur in meinem Bett liegen konnte, wo dann meine Teamkollegen mir Essen gebracht haben. Ich habe tatsächlich da auch ein bisschen Lego gebaut, aber halt mit einer Mine, die vielleicht nicht so glücklich war, wie sie hätte sein können. Ich habe angefangen, mich da hinzusetzen. Und weil ich genervt war, was für die Uni zu machen, habe ich dann einfach irgendwas gemacht. Und was dann am Ende auch was Positives irgendwie hatte, habe meine Prüfung bestanden, wo ich sonst wahrscheinlich in dem Moment gar nicht drüber nachgedacht hätte, dass ich jetzt irgendwas für die Uni machen könnte in Paris. Also, aber ich hatte ja nicht viele Möglichkeiten, weil ich vom Bett nicht aufstehen konnte. Und ja, irgendwas musste ich machen. Ja, so war das dann. Ja, dann hatte du ja tatsächlich die Verletzung so dramatisch. Sie war tatsächlich tatsächlich, ja, vieles Positives eigentlich im Endeffekt, außer dass es extrem wehtat im Großen und Ganzen. Das stimmt. Was hast du jetzt dieses Jahr noch vor? Ich meine, M ist vorbei. Jetzt war Montpellier so ein bisschen, wirst du auch rangegangen. Mal gucken, was passiert. Und so lange ist das Jahr ja nicht mehr, dass nicht mehr viel passieren kann, sage ich mal. Und mal gucken, was passiert, dass es eher für nächstes Jahr sein könnte. Genau, dieses Jahr habe ich noch, ich glaube, zwei oder drei Champions League Spiele. Und das WTT Champions in Frankfurt Anfang November. Und viel mehr spiele ich dieses Jahr auch nicht. Da ist jetzt eher das Augenmerk drauf, ja, körperlich nochmal ein bisschen mehr aufzubauen. Ja, an die Umfänge von Vor-Olympia dran zu kommen, der sich dann quasi im neuen Jahr hoffentlich, ja, wieder in einer guten Verfassung an den Start gehen kann. Auch wenn dann mehr Turniere im Block wieder kommen, das durchzustehen, ohne dass dann ich Rückfälle bekomme. Und da freue ich mich jetzt drauf. Und ab Januar ist, glaube ich, ein Hammerprogramm wieder vorgesehen. Ja, das liest sich danach bei dem, was da ansteht im Tischtennis. Aber wenn du das jetzt geschafft hast, ehrlich, dann schaffst du auch das. Und wir hoffen, dass das mit L.A. nochmal klappt und dass du dann eine zweite Chance kriegst. Und wir umgekehrte Bilder als die letzten Bilder sehen. Denn wenn du so feiern kannst, wie du da trauern konntest, explodiert mein Fernseher, würde ich sagen. Dank dir für das ehrliche Interview und viel, viel Glück mit deiner Gesundheit und beim Tischtennis. Vielen Dank. Ich freue mich drauf. Danke. Tschüss. 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 Vielen Dank.